Mein Name ist Felicia Pipim. Ich komme aus Ghana. Ich arbeite mit AKH Linz als OP-Gehilfen. Ich war, als ich klein war in Ghana und meine Eltern leben schon länger in Österreich. Ich bin hierher gekommen wegen meinen Eltern. Dann habe ich Schuhe gemacht als OP-Gehilfen, als Zahnärztliche Assistenten auch Koordination geholfen. Danach bin ich nach Linz gekommen, weil meine Freunde hier sind. Als ich Kind war, habe ich geträumt, dass ich bei meinen Eltern leben kann und bei meinen Schwestern auch. Dann habe ich noch Schuhe gemacht und dann habe ich die Ausbildung gemacht und ich arbeite mit AKH. Ich wollte mich weiterentwickeln als vielleicht als Schwestern werden und Kinder werde ich auch später haben.